Ich leite einfach mal über das nächste Thema. Es ist nie passiert, liebe Zuschauer. Da gibt es viele Tätowierer und auch viele Tattoo-Läden. Und jetzt möchte Daniel Krause gerne dort einen Laden eröffnen. Der Kult-Tätowierer aus Berlin. Und wir begleiten ihn auf seinem Weg. Und jetzt zeigen wir Ihnen das. Deutsche Tätowierer sind da wirklich gefragt. Kopf hoch und Brust raus. Hochsaison auf der amerikanischen Partymeile in Florida. Miami Beach. Zwischen blinkenden, chromen, sonnengegärbten Bodies und lustigen Typen. Der Berliner Tätowierer Daniel Krause. Hier fühlt sich der 41-Jährige fast wie zu Hause. In den USA eigene Läden zu haben, das ist genau der Traum von Daniel und seinem Kumpel Marco Streng. Sie sind heute Gast-Tätowierer in einem stylischen Studio in Fort Myers. Das ist hier schon sehr geil. Ich habe nicht erwartet, Fort Myers hatte ich in meinem Kopf so ein bisschen Provinz. Mal gucken. Aber das ist hier sehr eindrucksvoll. Also vermischt mit Galerie, das ist hier eine Sache. Ich bin jetzt schon gespannt auf den Tätowierer, weil das ist auf jeden Fall mal eine Adresse. Also das ist schon sehr cool. Und wenn wir hier ein bisschen landen können, ich glaube, da stehen wir in der ersten Reihe. Das Studio gehört dem 34-jährigen Amerikaner Andrew Hall. Andrew hat mit den deutschen Tätowierern bereits Werbung gemacht und hofft, dass sich der Einsatz lohnt. Für ihn ist es selbstverständlich, dass er ausländischen Kollegen einen Platz anbietet. Überall in der Welt hat sich das Tätowieren etabliert. Es ist keine Subkultur mehr. Es ist wirklich Mainstream und wir können voneinander lernen. Deutsche Wertarbeit wird anscheinend auch im Tattoo-Geschäft geschätzt. Jedenfalls bekommen Daniel und Marco Vorschusslorbeeren. Du kriegst natürlich einen Bonus auf deutsche Tätowierer. Das ist gleich wieder Exaktheit, Pünktlichkeit, Reinigkeit. Also die Leute, die nehmen das sofort an. Ganz viel deutscher Bezug. Ich habe auch einen deutschen Kunden, der mich da aus Deutschland kennt. Hier ganz krass einen Ami, der einen deutschen Adler will. Also du hast so ganz viel, dieses deutsche Ding. Der 52-jährige Kai-Uwe aus Bremen hat sogar extra für ein Tattoo seinen Strandurlaub unterbrochen. Ich werde mir einen Drachen machen. Eigentlich sehr puristisch, nicht so wie man den Drachen sich allgemein vorstellt. Also sehr klare, schlanke Linien. Mal sehen, wie es aussieht. Wir legen den Kopf hier raus, so wie du es wolltest. Ich zeichne den Ansatz jetzt um, dass wir hier über die Schulter rauskommen, dass wir es später rumwickeln. Freihand verfeinert Daniel Krause den Drachen. Der 41-jährige Berliner tätowiert, seitdem er 16 ist. Erfahrung hat er genug. Aber ob zwei Stunden für das Tattoo reichen werden? Marco? Ja? Wir fangen an. Kann ich anfangen? Das wird ja doch schon ganz schön groß. Ja, ich brauche noch eine Weile. Du kannst... Okay, dann mache ich meinstens mal fertig. Dann brauche ich nicht, dass du aufbaust, weil du weißt... Ja, ich zeichne nur. Eigentlich warte ich nur drauf, bis ich an den Zeichenplatz ran kann. Ach so, alles klar. Okay. Für Kai-Uwe ist es bereits das zweite Tattoo. Der Drachen soll sich über der Brust des 52-Jährigen schlängeln. Dass er während seines Florida-Urlaubs von einem der bekanntesten deutschen Tätowierer verziert wird, damit hat der kaufmännische Angestellte nicht gerechnet. Ich habe Daniel schon mal bei Sat.1 in dieser Serie im Fernsehen gesehen. Und das hat mich total gespannt und interessiert gemacht. Und da habe ich gesagt, da gehe ich doch mal hin. Und nun leidet er unter den Stichen von Daniels Nadel. In dem Tattoo-Studio gibt es mehrere Arbeitsplätze und an einem ist der Besitzer Andrew Hall zugange. Ein Investmentbanker will den Wall Street Bullen für immer bei sich tragen. Das Zeichen für Risiko und steigende Kurse an der New Yorker Börse. Hier wird übrigens anders gearbeitet, als Marco und Daniel es kennen. Er hat hier seine Vorlage, arbeitet erst die Flächen und setzt dann seine Outlines, um hier Akzente zu setzen. Auch die Amerikaner sind neugierig, wie die Deutschen arbeiten. US-Tätowierer Steve Banana hat allerdings eine eigene Vorstellung von der Tattoo-Kunst. Das meinst du, magst du schwarz und grau arbeiten oder lieber Farben? Och, alles was bezahlt wird. Nach zwei Stunden ist die erste Sitzung fertig. Der Rest muss in Deutschland vollendet werden. Das ist normalerweise schon total verboten, jetzt Sonne und weiß was nicht noch alles. Aber ich glaube, wenn wir das Ding komplett fertig machen, dann darfst du nicht mal mehr aus dem Zimmer raus. Und so kannst du über die Stelle ordentlich was abdecken und dann ist gut. Weißt du, alles klar. Strandverbot für den Drachen. Protzen und Angeben mit dem Tattoo ist für Kai-Uwe erstmal verschoben. Auch Studiobesitzer Andy Hall ist gleich fertig. Er hat ja einem Investmentbanker den Wall Street Bullen auf den Oberarm tätowiert. Das Bankersymbol schimmert in satten Farben. In Deutschland wäre das verboten. Der amerikanische Markt ist anders. Wir haben ein ganz anderes Farbgesetz. Wir dürfen nicht mehr alles benutzen. Wir haben früher auch viele Farben aus Amerika gehabt, die jetzt nicht mehr statthaft sind. Schade, weil die waren sehr brillant. Einige Zusatzstoffe in den amerikanischen Farben haben in Deutschland keine Zulassung und wurden sicherheitshalber verboten. Das stört den Banker aber nicht. Mit seinem Wall Street Bullen auf der Schulter hofft er auf mehr Glück an der Börse. Und unsere beiden Tätowierer diskutieren schon das Motiv des nächsten Kunden. Guten Morgen liebe Zuschauer, heute ist Sibylle-Weichschenberg-Tag, Donnerstag. Und wir haben uns eigentlich ein bisschen gefreut über Gina Alisa, dass wir von ihr nichts mehr hören konnten. Ich dachte, die ist zur Ruhe.